So verwandelst du deine persönliche Steuerlast in Vermögenswerte. Deutschland ist bekanntermaßen ein Hochsteuerland. Unter den hohen steuerlichen Belastungen ächzen nicht nur die Arbeitnehmer, nein, auch gewerbetreibende Freiberufler, Unternehmer, Kapitalgesellschaften sind damit belastet und in ihrer Flexibilität insbesondere zum weiteren Vermögensaufbau eingeschränkt. Hier gibt es eine Lösung dazu und diese Lösung nennt sich Investitionsabzugsbetrag. Denn damit ist es möglich, deine Steuerlast signifikant zu reduzieren und in Vermögenswerte zu wandeln und oder in dein Unternehmen zu investieren. Mein Name ist Udo Heimann und in diesem Video möchte ich dir einen Überblick über das Thema des Investitionsabzugsbetrages geben und dir anhand von praktischen Beispielen zeigen, welche Vorteile die Anwendung dessen auch dir bringen kann. Beginnen wir mal mit den Grundlagen, was ist der Investitionsabzugsbetrag. Geregelt ist der Investitionsabzugsbetrag im § 7g Einkommensteuergesetz. Dort hat er mehrere Absätze. Im Wesentlichen besagt er Folgendes. Du darfst bis zu drei Jahre vorher die Anschaffung eines beweglichen Wirtschaftsgutes planen und im Rahmen dieser Planung bereits 50% der geplanten Anschaffungskosten steuermindernd ansetzen in jeder beliebigen Identität unter folgenden Voraussetzungen. Die Maximalplanung beträgt 500.000 Euro. Das Wirtschaftsgut darf aber durchaus teurer sein. Der steuerliche Wirkung ist maximal auf 200.000 Euro beschränkt. Daraus kannst du ableiten, dass auch ein Invest mit 400.000 Euro vollkommen ausreichend wäre. Du musst es innerhalb dieser drei Jahre tatsächlich anschaffen. Also Beispiel, du planst etwas in 2023. Dann muss es bis zum 31.12.26 angeschafft sein. Es muss im Jahr der Anschaffung und im darauffolgenden Jahr in der Identität verbleiben, in der es auch geplant wurde. Also du darfst es nicht veräußern. Und der Gewinn in der Identität, in der du es planst, darf maximal 200.000 Euro betragen, wobei es aktuell auch finanzgerichtliche Verfahren gibt, die die Frage aufwerfen, wie die Gewinndefinition zu betrachten ist. Wenn du also ein Unternehmen hast, in dem du schon mehr als 200.000 Euro verdienst, dann ist es nicht möglich, den Investitionsabzugsbetrag zu nutzen. Aber es ist dir jederzeit erlaubt, eine neue Identität zu begründen. Neben den 50% vorweggenommene Abschreibung darfst du im Jahr der Anschaffung oder den darauffolgenden fünf Jahren frei verteilt 40% Sonderabschreibung geltend machen. Diese Regelung gilt seit Januar 2024 dank des am 22. März 2024 verabschiedeten Wachstumschancengesetz. Bis einschließlich 2023 beträgt die Sonderabschreibung 20%. Du kannst leider eine Sonderabschreibung nicht nachholen. Es geht also tatsächlich um die Anschaffung oder das Anschaffungsdatum des beweglichen Wirtschaftsgutes. Das Wirtschaftsgut muss mehrheitlich zu, das heißt zu mehr als 90%, in deinem Betrieb genutzt sein, muss sich im Inland befinden oder, wenn es im Ausland ist, kurzfristig ins Inland beförderbar sein. Beispiel Pkw, den du auch für private Zwecke verwendest und eventuell die 1%-Regelung versteuerst. Dort wäre der Investitionsabzugsbetrag zum Beispiel nicht möglich. Die Idee ist jetzt dahinter zu sagen, in welchen Identitäten kann ich das bilden und in welches Investment kann ich gehen. Das dürfen wir sehen, dass die Steuerzwecke in Deutschland unter anderem ja auch aus einem Lenkungszweck und aus einem Umverteilungszweck bestehen und nicht nur aus einem Finanzierungszweck. Und der Lenkungszweck aktuell in Deutschland hängt ja sehr stark zusammen mit Investitionen in erneuerbare Energien. Und da könnte man darüber nachdenken, zum Beispiel in eine Photovoltaikanlage zu investieren. Damit ist nicht gemeint, eine Anlage unter 30 kW Peak auf deinem eigenen Hausdach, sondern wir sprechen über Fremddachanlagen oder größere Anlagen oder Freilandanlagen, die vielleicht auch über 100 kW Peak haben. Das sind Gewerbebetriebe. Photovoltaikanlagen sind bewegliche Wirtschaftsgüter und du darfst die Anschaffung derer vorher planen. In der Regel werden diese auch mehrheitlich durch die Banken ausfinanziert, auch bis zu 100% bei entsprechenden Sicherheitsstellungen. Und die Rendite solcher Anlagen liegen im Durchschnitt aktueller Stand bei ca. 9%. Kontakte zu Solatören, Photovoltaikanlagenbauern, die so etwas herstellen, sind im Netzwerk vorhanden und auch persönliche Erfahrungen ebenfalls vorhanden mit überwiegend positiven Rezessionen in diesem Bereich. Warum macht man überhaupt solche Renditen? Weil du Photovoltaikanlagen mit entsprechenden Verträgen versiehst, sogenannte PPA-Verträge, und nicht nur alles auf Basis der Einspeisevergütung abläuft. Photovoltaikanlagen heutzutage auch mit einem Speichersystem versehen sind, das den Strom zu anderen Zeiten ins Netz abgibt. Wenn du dazu aber mehr wissen möchtest, ich gebe dir in der Shownote ein weiteres Video in den Link. Dort habe ich mich in einem Interview mit einem langjährigen Partner, der seit Jahrzehnten Photovoltaikanlagen baut und den Strom vermarktet, unterhalten und ausgetauscht. Dort erhältst du die weiteren Informationen und auch die Do's und Don'ts. Also worauf solltest du achten, wenn du andere Partner auswählst, die in diesem Bereich am Markt aktiv sind. Das Identitätsspiel macht das Ganze aber auch so spannend, weil du kannst eine Identität sein im Rahmen eines Einzelunternehmens, neben deinem Unternehmen, das schon mehr als 200.000 Euro Gewinn macht. In diesem neuen Unternehmen darfst du den Investitionsabzugsbetrag bilden. Dein Ehepartner, deine Ehepartnerin könnte eine weitere Identität sein, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts aus dir und deinem Ehepartner ebenfalls. Ebenfalls schon wären es 3 mal 200.000 Euro, mit denen du dein Einkommen rückwirkend bis zu drei Jahre beeinflussen könntest. Dazu kommt noch, dass du jede beliebige Gestaltung mit erwachsenen Kindern ebenfalls durchführen könntest. Das heißt, du plus erwachsenen Kind 1 im Rahmen einer gesellschaft bürgerlichen Rechts, du dann vielleicht 99% Anteil an dieser Gesellschaft. Dein Ehepartner, deine Ehepartnerin mit dem erwachsenen Kind 1 und du und dein Ehepartner und das erwachsene Kind 1 zusammen, heißt also pro Kind drei weitere Identitäten, mit denen du spielen könntest. Möchtest du das Ganze noch weiter ausdehnen, dann denke gerne auch über die Gründung von einer GmbH und Co. KG nach. Eine Komplementär-GmbH, die gerne aus dir als Gesellschafter besteht, mit dir als Kommanditisten. Dort könntest du nebeneinander 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 GmbH und Co. KGs begründen. Im Übrigen ein herausragendes Mittel, auch Erbschaftssteuer zu umgehen. Den nehmen wir mal an, du hättest ein größeres Barvermögen, das erbschaftssteuerpflichtig wäre, weil du die Freibeträge alle längst überschritten hast mit deinen sonstigen Vermögenswerten. Dann dürftest du auch gerne darüber nachdenken, für mehrere Millionen Euro Photovoltaikanlagen, zum Beispiel in einer solchen GmbH und Co. KG käuflich zu erwerben, eins deiner Kinder oder den gewünschten Erben dort auch schon mit dran zu beteiligen und dann die Anteile an dieser Gesellschaft, an das Kind zu verschenken, sobald die Investition getätigt wurde. Denn dann vererbst du Produktivvermögen und kein Barvermögen. Und das Produktivvermögen würde nach den Regelungen von § 13a, 13b Erbschaftssteuergesetz von der Verschonungsregelung Gebrauch machen und unter dem Aspekt der Fortführung des Betriebes wäre dann auch diese Erbschaft steuerfrei zu gestalten. Und du hast natürlich mit der GmbH und Co. KG die Möglichkeit, dir mehrfach die 200.000 Euro Verlust direkt in die private Einkommenssteuer zuzuweisen. Ein Praxishinweis an die Steuerberater, die hier gerne zuschauen. Dort kommt immer wieder als Kritikpunkt, nein, man könnte den Investitionsabzugsbetrag da nicht mit der Einkommenssteuer verrechnen wegen § 15a Einkommenssteuergesetz. Bitte gerne nochmal nachlesen, der Investitionsabzugsbetrag beeinflusst das Kapitalkonto nicht und nur dann, wenn das Kapitalkonto betroffen ist, dann würde die Verlustverrechnungsbeschränkung im Rahmen einer Personengesellschaft greifen. Das ist gerade hier nicht der Fall. So, fassen wir mal zusammen, wo sind die Vorteile des Investitionsabzugsbetrages? Du schaffst Eigenkapital. Jede 200.000 Euro Investitionsabzugsbetrag im Grenzsteuersatz betrachtet bringt dir 85.000 Euro Steuererstattung. Also du senkst deine Steuerlast signifikant und investierst gleichzeitig in einen Vermögenswert, der einen passiven Einkommensstrom hervorbringt. Du könntest das Ganze sogar noch optimieren, indem du die Steuererstattung wiederum nimmst und gibst sie in eine gemeinnützige Stiftung hinein, entweder eine eigene rechtsfähige oder eine Treuhandstiftung und die gemeinnützige Stiftung gibt dir dieses Geld als Darlehen wieder für die Anschaffung der Photovoltaikanlage zurück. Im Ergebnis ist der Betrag, den du in die gemeinnützige Stiftung hineingibst, ebenfalls vollsteuerlich absetzbar. 1 Million Euro bei Ledigen, 2 Millionen bei Verheirateten. Der Betrag erneuert sich alle 10 Jahre und die Zinsaufwendung, die du an die gemeinnützige Stiftung entrichtest, kannst du ebenfalls als Betriebsausgaben in diesem Fall, wenn du es für Immobilien verwendest, gerne als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung verwenden und hast so eine weitere Wertschöpfung aus der Steuererstattung, ohne eigenes, echtes Geld in die Hand zu nehmen. Es gibt aber eine ganze Menge Fallstricke bei der Thematik und die größten Fehler bei der Nutzung des Investitionsabzugsbetrages sind zum einen, dass in einem Jahr der Investitionsabzugsbetrag genutzt wird, wo die steuerliche Wirkung gar nicht so hoch ist, denn wir reden ja über ein rentables Investment, das heißt, die zukünftigen Gewinne sind ja mit unter Umständen 40% wieder zu versteuern, es sei denn, du denkst darüber nach, das neu entstehende Unternehmen wiederum in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln, dann wären es 30%, aber unser steuerliches Progressionssystem geht ja runter bis auf 15%, das heißt, du beeinflusst zu niedrige steuerliche Progressionsgrößen im Rahmen der Einkommenssteuer. Zweites Thema ist natürlich, du wählst den falschen Partner aus, leider sind schon einige bei diesem Investment finanziell baden gegangen, weil der Partner, mit dem man das Geschäft vereinbart hat, in der Bauphase pleite gegangen ist und Anzahlungen unter Umständen in die Insolvenzmasse hineingegangen sind oder was auch gerne vorkommt, der Partner vergisst den Netzknotenpunkt zu beantragen oder vergisst einen Trafo zu bestellen und du hast erhebliche Zeitversätze, bis die Anlage tatsächlich ans Netz gehen kann und bist dann dort auch entsprechend im Kostenrisiko, aber auch hier entsprechende Hinweise im Video. Zweiter wichtiger Punkt, den man gerne falsch macht, ist das Thema, wenn du einen Investitionsabzugsbetrag nutzt, um ein neues Gewerbe zu eröffnen und die wesentliche Betriebsgrundlage in diesem neuen Gewerbe planst anzuschaffen, dann gelten erhöhte Anforderungen an die Nachweisbarkeit. Das heißt, du musst mit ersten Kosten belastet sein oder schon eine entsprechende Bestellung vorliegen haben. Solltest du die Bestellung bei dir nicht mehr finden, falls du rückwirkend einen solchen Antrag stellen würdest, dann sprich doch gerne mit dem Solateur, ob er diese Bestellung nicht in seinen Unterlagen findet und diesen Nachweis darfst du dann gerne auf Nachfrage der Finanzverwaltung diesem dort erbringen. Planst du, einen Investitionsabzugsbetrag zu bilden und wünschst dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen individuellen Fall, dann buche dir am besten eine Gestaltungsberatung bei mir oder einem unserer Berater auf unserer Webseite. Alle Infos dazu in den Shownotes. Gerne beraten wir dich zu den steuerrechtlichen Anforderungen, dem Verfahren und den dazugehörigen Fristen. Für weitere wertvolle Informationen und Tipps abonniere unseren Kanal und denke daran, bei Steuern geht es nicht nur darum, was du zahlst, sondern auch darum, was du behältst. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Dein Udo Heimann Dein Udo Heimann